Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute sind wir hier auf der Großbaustelle in der Kaiserstraße in Heilbronn. Und da ist einiges los. Seit Anfang Juli haben die Maßnahmen hier, die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, begonnen. Und das setzt das fort, was hier vor fünf Jahren schon abgelaufen ist. Da können wir uns mal ein paar Archivaufnahmen anschauen. Denn schon damals wurden hier diese ersten Pflastersteine und die Schienen entsprechend erneuert. Jetzt kann man das Ganze direkt am Marktplatz auch machen, nachdem auch weitere Strecken im Augenblick ja gesperrt sind. Und die Gunst der Stunde, die nutzt man hier in der Innenstadt, um eben auch diese Baumaßnahmen jetzt fortzusetzen. Was da ganz genau geschieht und wie man im Zeitplan liegt, man will ja bis Ende des Monats hier aus der Baustelle raus sein, damit dann, wenn das Weindorf beginnt, Anfang September, auch wieder die Stadtbahn und die Busse fahren können. Ja, aber wie das genau vonstatten geht, das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Ja, hier sieht man schon mal, welche Dynamik in dieser Baustelle herrscht. Es geht ordentlich zur Sache, damit man pünktlich fertig wird. Und die gesamte Maßnahme kostet rund 750.000 Euro. Und man sieht natürlich jetzt auch mit den Bauzäunen, die hier in der Fußgängerzone angebracht wurden. Und man musste natürlich auch mit allerhand Unabwägbarkeiten kämpfen in den letzten Tagen, denn es wurde ja hier komplett auch alles zurückgebaut. Und als es geregnet hat, musste man das Wasser erst einmal wieder hier herauspumpen, damit man auch weiterarbeiten konnte. Und die Schienen, die ja hier verlegt worden sind, die sind ja immer noch die alten, die mussten nicht erneuert werden. Ganz im Vergleich zu der Maßnahme von vor fünf Jahren. Was allerdings erneuert wird, das ist eben der komplette Untergrund. Und da sieht man auch im Hintergrund die Asphaltarbeiten. Und was es damit auf sich hat und was der sogenannte Busfall dann hier für eine Schicht ist, die aufgebracht wird, das können wir mal anschauen, wenn wir ganz nah rangehen. Ja, hier wird jetzt gerade der Asphalt aufgetragen. Und das merkt man natürlich, da wird es schon richtig schön warm. Deswegen ist die Witterung natürlich ideal, um im Zeitplan zu bleiben und um diese doch sehr, sehr anstrengende Arbeit durchzuführen. Im Hintergrund sehen wir einen Bautrupp aus Italien. Und die sind dafür verantwortlich, dass hier der Asphalt aufgebracht wird. Und die machen das auch mit der notwendigen Leidenschaft, wie man hier bei den Maßnahmen entsprechend erkennen kann. Ja, warum macht man das überhaupt? Man hat natürlich die Chance genutzt, wie gesagt, dass es jetzt gerade diese Totalsperrung gibt. Und gerade das Pflaster hier in diesem Bereich, auch an der Stadtbahnhaltestelle vor dem Rathaus, das war doch schon sehr schadhaft. Also hat man eben mit dem sogenannten Busfall jetzt diese Möglichkeit, das zu erneuern. Das ist widerstandsfähig und sieht dann auch genauso aus wie die Pflastersteine, wenn wir uns das nochmal in einer Nahaufnahme hier anschauen können. Das aber ist nicht das Einzige, was geschieht. Was noch, das schauen wir uns jetzt mal am Ende an. Ja, im Hintergrund sieht man noch die letzten Rückbauarbeiten. Wie gesagt, da ist ja einiges auch durch den Sturm in die Baustelle hineingeweht worden. Und damit jetzt alles sauber gemacht wird, bevor der Asphalt aufgebracht werden kann, wird hier quasi nochmal die Spur entsprechend gereinigt. Sechs Tage die Woche laufen jetzt hier die Arbeiten, damit man pünktlich fertig ist und dann entsprechend auch Anfang September hier auf dem Weindorf wieder feiern kann. Dort, wo auch am Wochenende gefeiert wurde, beispielsweise können wir auch ein paar Bilder zeigen, beim ersten Hochsprung-Meeting im Heilbronn am Markt, dass es ein Riesenerfolg war. Das hat übrigens auch die Glocke geläutet im Hintergrund, wie es heute bei unseren Aufnahmen ist. Also einiges los, damit man pünktlich fertig ist und damit das Weindorf dann auch in einem schönen Ambiente stattfinden kann. Und vor allen Dingen die Besucher aus nah und fern die Stadtbahn wieder nutzen können. So, und jetzt haben wir uns in die Geschäftsstelle der Heilbronner Stimme und vom Reisebüro großbegeben. Und von hier hatten wir auch nochmal einen Blick auf die Baustelle und vor allen Dingen darauf, wie es hier abläuft, wenn die Bahn unterwegs ist. Das haben wir aus dem ersten Stock hier ja mehrfach gesehen bei unserer Sendung ohne Ausrede. Ja, solche Baumaßnahmen sind natürlich lokale Themen. Und um viele lokale Themen ging es dann auch bei unserer Lokaltour mit Oberbürgermeister Harry Merkling. Und es sind ja in allen Großstädten die gleichen Themen, Sauberkeit, Sicherheit, Klima, Verkehr, denen man sich entsprechend stellen muss. Und es geht natürlich auch hier in Heilbronn um die sogenannte Sommerzone. Auch da hat man sich gestellt, wie es denn damit weitergehen kann. Und vor allen Dingen, wie sich der Handel in der Innenstadt entwickeln soll bei all den Herausforderungen, die derzeit bestehen. Also eine ganze Menge Gesprächsstoff und den liefern natürlich auch immer wieder die Gartenschauen. Und da ist man natürlich auch immer schnell bei einem Vergleich zwischen der aktuell laufenden Bundesgartenschau in Mannheim und der Buga in Heilbronn, die ja vor vier Jahren stattgefunden hat. Und da sieht man schon ein paar Unterschiede. Mannheim natürlich viel, viel größer, dreimal größer. Und in Sachen Nachhaltigkeit und Klima wird da nicht mehr viel verändert. Da hat man großen Wert darauf gelegt. Dafür gibt es immer viel weniger Veranstaltungen als in Heilbronn. Da beschweren sich die Mannheimer Gastronomen, dass zu wenig los sei. Und so das richtige Buga-Feeling kommt auch nicht auf an den zwei Standorten in Mannheim, im Spinelli-Park und im Luisenpark. Also da hat sicherlich bei allem Lokalpatriotismus die Heilbronner Buga doch etwas anders gepunkt. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum man im nächsten Jahr sozusagen ein Buga-Revival-Fest hier in Heilbronn feiern wird. Am 17.04. gibt es eine Erinnerung an den Eröffnungstag. Und dann, so hört man, soll das Lichterfest auch in so eine Art Buga-Atmosphäre getaucht werden. Und zwar über das gesamte Buga-Gelände am Neckar soll dann eben dieses Lichterfest stattfinden, damit man sich noch einmal an diese Gartenschau erinnert. Und Erinnerungen an die Gartenschau gibt es beispielsweise auch in Eppingen im Vorjahr ja ein großer Erfolg. Und jetzt finden im Weyerpark der sogenannte Festival-Sommer statt, auch mit vielen Künstlern, die zahlreiche Besucher anlocken. Also da haben sich die Macher von einst schon wieder einiges einfallen lassen. In Oerringen macht man das ja genauso. Da wird das Lagergelände auch für Festivals aller Art noch immer genutzt. Da sieht man, Erfolg kann durchaus nachhaltig sein. Und wenn er so erfreulich ist, dann ist es etwas Positives für alle Menschen hier in der Region. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.